Ein ganz neuer Freund von mir, den habe ich erst vor vier Minuten kennengelernt. Das ist Ulf aus Dänemark, spielt euch ein schönes Stück. Danke sehr, danke sehr, ihr seht wirklich schön aus. Also, wenn ihr hören könnt, dann kommt nichts hier auf Österreich, so I will speak in Englisch. Ich bin ein Danish-Singer-Songwriter, und die meisten von meinen Songen sind da in Danish. Aber hier halv ein Jahr ago, habe ich einen Song in Deutschland gemacht. Und das war, weil ich eine Geschichte in der報karte, von einem Zoo in Berlin. Und da war ein Zoo, mit einem Eisberg, Eisbeer, sorry. Das ist ein kleiner Tier. Ein Eisberg ist ein wirklich großartiges Tier. Aber ein Eisbeer. Und es war Knut. Und Knut, der stirbt. Und dann dieser Zoo hatte dieses neue Tier, das sie wollte sein, der neue Celebrity. Und dann war es im März dieses Jahr. Und dann little Till war born, ein kleiner Baby-Rabbit. Und er war born ohne Ears. Und er war einfach so extremlich süß. Und der ist ein Schreiber, weil sie eine Prise-Konferenz für den kleinen Grabben verkündete. Und sie hat das ganze希 otherwise geschaut. Und Till war wirklich sehr gläubend, mit der umgeren auf dem Flan. Und Till hatte einfach dieses Schäuble. Und er war so glücklich und glücklich über diesen Presse- considerable. Und da war ein Kameramann. Und dieser Kameramann, ich glaube, fünf Minuten bevor der offizielle Start des Presidees, dann hat er einen Schritt zurückgekehrt und Tild war da, auf dem Boden. Und dann hat er Lille Tild. Und als ich diese horrible Geschichte über Lille Tild getroffen habe, war ich natürlich sehr, sehr touchiert. Und dann habe ich diesen Song gemacht. Und natürlich hat er es in Deutschland gemacht. So, so here it comes. Du bist so süß. Mit weichem Pelz. Chill. Das oranglose Kaninchen. Und dann warst du tot. Und dann warst du tot. Das oranglose Kaninchen. Das ist so süß. Und dann warst du mit. Vielen Dank.